Jetzt direkt schon im Spiel sieht. Hier ist euer KKPC-Player. Mal kurz'n Test. Sieht man mich? Noch offline. Ich weiß es nicht. Jetzt kommt 800p. Sieht man mich? Nein, man sieht nichts. Man sieht nichts. Schwarzes Bild. Warte, testen, schnell rüberspringen. Hoppala. Nee, man sieht mich. Also mich sieht man. Hast du das vorher nicht getestet mit dem Spiel? Doch, das haben wir schon mal getestet. Das dauert nur einen Moment, bis es funktioniert. Zeig dir mal, aktualisieren. Dann geht's ihm. Jetzt geht's. Ja, perfekt. Jetzt sehe ich gerade überhaupt nichts. Das Spiel hängt irgendwie. Ah, jetzt nicht. Das muss man, glaube ich, im Fenster-Modus machen. Ja, also, sieht man mich? Hallo? So, jetzt bewegt sich das Spiel, aber das ist ein bisschen verrückt. Ja, für den ersten Stream von meiner Seite muss es gehen. Also, wir kommen zum ersten Stream vom KGP3-Player. Hallo, Leute. Es sind schon mal acht Rüte, ne? Hi, hi, hallo. Guten Tag. Ja, und ich begrüße auch meine Gäste, einmal Pada Games. Also, Mr. Piva und Pada. Hallo, Leute. Guten Tag. Und dann begrüße ich noch Cetomek HD, hallo. Hi. Der leider gerade rausgegangen ist. Ja, ich hatte einen Kack-Spawn-Point. Schon meinen ersten Zombie getötet. Okay, und weiterhin begrüße ich auch die beiden Moderatoren für den Chat, schräg-alternativ-Chat. Watschi und Daniele, hallo. Hallo. Die beiden kümmern sich darum, was ihr schreibt, die geben es uns weiter und wir können dann auf die Fragen beantworten und das erste Ziel ist jetzt mich mit Pada Games, also mit Pada erst mal zu treffen. Jawohl. Ich kann dir auch sagen, wie viele Leute gerade zuschauen. Wie viele? Ach, oder? Acht. Nein, kann jemanden sagen, die sind sieben? Die sind sieben. Also, hallo, ihr Team. Seid ihr denn? Äh, ich bin nicht Moilville. Äh, warte mal. Das Kaff heißt immer Whidstone Mountains. Whidstone Mountains. Oh, scheiße, ey. Ich bin echt extrem weit weg davon. Äh, ich guck auch gerade, wo das ist. Ja, du kannst mich einladen. Ich bin Nummer 6. Whidstone Mountain, ja, das geht ja noch um die. Nummer 16 bist du? 15. Nummer 15, okay. Ich hab mir die Helligkeit gerade hochgestellt hier, ich sehe nichts. Ja, kann man bei mir irgendwas sehen auf dem Stream? Ist das so dunkel? Nee, auf dem Stream erkennt man's. Was? Ich hab gerade nachgehört wegen dem... Was zum Geier ist da jetzt los? Da ist er, da ist er. Was ist denn los? Die Topis sind nicht im Dunkeln, ey, das ist furchtbar. Alter, schleiche ich irgendwie vorbei, zum Wälder oder so. Also, ich hab schon drei weggeknüppelt. Ich muss erst mal gucken, wie ich hier wegkomme aus diesem Drecksladen. Ich bin 8 da vorne. Ich bin bei Goblin Peaks Settlement oder wie das heißt. Kann sein, dass ich jetzt sterben werde. Ich bin Smallville. Alter, was machst du bei Smallville? Ja, ich bin da gespawnt, ich hab irgendwo, also ich hab keine Charaktere mehr. Mein erstes Item, meine Limo-Dose. Und ich bin den ersten Spieler. Alter. Und der Jason-Maske, geil. Ich hab auch so eine schwarze Maske. Ja, wo die Mühne aufziehen. Ich bin kurz, ich geh kurz mit meinem Hund weg. Ein Gewehr. Und zwar, ich hab ne Maske, ich hab ne Maske und Rucksack. Ein Grübergewehr, geil. Also, ich hab genügend Material mit, ich könnt euch ein Glied wieder versorgen. Wo seid ihr? Wenn wir uns denn irgendwann mal in 5000 Jahren treffen, können wir uns gerne tun. Also Treffpunkt ist gerade White Storm Mountains. Ja, ich bin gleich tot, weil hier sind zwei Spieler. Ich geh mal weg. Das wäre eine gute Idee. Mach nicht sowas. Ja, ich bin ja auch gerade auf dem Weg dahin, aber das könnte ein paar Minuten dauern, bis ich da bin. Oh, schade, dass ich jetzt keine Waffe dabei hab. Schade. Fuck, ey, ich hör die, aber ich seh die nicht, die Spackos. Ich hoffe, dass mich jetzt niemand von hinten anlebt. Ei, 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 ach du Scheiße. Alter, ich hör dich, wo bist du? Äh, ich? Nee, die Zombies, ich hör hier die Zombies. Oh, Scheiße, da kommt er. Ach, du Scheiße, ja, liebe Zuschauer, es gibt ein kleines Problem von meiner Seite gerade. Ei, 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 das Scheißspiel hat mich rausgekickt. Nein. Doch. Ich kämpfe hier schon ein. Das ist natürlich klasse. Ja, perfekt, alles im Team. Oh, das ist der, oh. Oh, Schafschüssel, ah. Alter, was soll man denn mit noch schaufeln? Äh, Zombies kaputthauen. Ja, Zombies kaputthauen. Ach so, ja sicher. Macht Sinn, wa? Kannst du ja auch gerne beherdigen, wenn du das möchtest. Ja, ich dachte schon, man kann hier irgendwas ausgraben oder sowas, aber das macht ja wenig Sinn im Spiel. Also, ich sag mal, wir sind keine Leichenschänder. Ich glaube noch nicht. Mann. Ey, ich hab schon vier Zombies auf dem Gewissen, ey. Wenn ich in, äh... Ah, ich seh euch auf der Karte. Das ist ja praktisch. Warte mal, seid jetzt, äh, das war Server 62. Jawohl. Äh, wer ist da bei Goblin Peak? Wer ist bei Goblin Peak? Ich. Ah, okay, äh. Ich könnte dir ein bisschen entgegenkommen. Die Zuschauer, die werden immer weniger. Ja, wenn du magst, kannst du das gerne tun. Ach, wie? Wo? Liebe Zuschauer, es gab nur gerade ein kleines Problem. Nee, ich versuche auch gerade so außenrum zu gehen, irgendwie über die Hügel hier. Okay. Wenn ich dir mal was sehen würde, ich seh nicht allzu viel, aber ich seh was. Soll ich mich wieder auf der Hauptstraße? Bleib mal von der Hauptstraße ein bisschen weiter entfernt, da stehen die meisten Zombies herum. Ja, ne, ich war jetzt nur, ich bin erst nur durch so'n Kaff gelaufen hier. Okay. Bitte, lass mich rein. Warte, 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 warte. Ach du Scheiße. Drei Stück. Alter, fickt euch. Fickt euch. Hört euch schon mal 50 Zombies an der Backe, beruhig dich. So, Podder einladen. Ach shit, könnte man mich irgendwie mal einladen? Ich bin die Nummer neun. muss der pader machen ja ich bin gerade hier am wegrennen vor einer kleinen Horde Gott ich bin jetzt in einem weite ich hoffe nicht dass das Slender kommt Ben, dann schicken wir zu uns ey, wir haben sowieso noch was mit dem zu besprechen oh ja ich hab noch eine endlange Quittung mit dem offen aber eure Garrys Mod Horrorwebs sind die gespächt ah, danke ja ich hab ja hier den äh, Celo nix, Entschuldigung, wenn ich es mal falsch ausspreche liebe Zuschauer hab ich euch mal als neuen Abonnenten zugebracht oh, dankeschön ja, vielen Dank bitte, das macht was 5,50 in die Portokasse bitte ja, das überlege was aber warte mal die Rechnung hast du noch nicht gekriegt für den Livestream, dass wir hier sind, ne äh, okay, wie das nicht wird dann passend damit verrechnet ähm na gut, ich will mich mal grad mal einschließen und zwar hart da gäbe es jetzt noch einen Abonnenten mehr ja, oh, mach doch nicht so ein Kram, ey vielen Dank, ey Alter vielen Dank, ey sind da mal Leute? Hilfe verrechnen wir auch noch, also das passt dann glaube ich noch, ne ne, mal erst mal das rechne mal, das geht's los dann so ich will ja schon die E-Mails ich muss mein Handy leise machen du, zumindest seh ich jetzt schon mal mehr ab ich wette mit dir, du hast gerade meine WhatsApp-Nachricht gekriegt ne, die hab ich vorhin schon gelesen achso ist irgendjemand, äh, Mod, äh, Moderator wie viele sind denn noch da? ey, das müsstest du eigentlich sehen bei, äh, bei, äh, ach ne bei Open Broadcaster weiß ich das gar nicht aber bei Xplitter sieht man das ja, ich bin zufällig im Spiel komplett drin ich seh nicht, wie viele Leute was willst, was willst du denn wissen? wie viele da sind? meinst du jetzt Zuschauer, oder? ja, noch 5 ah, das ist perfekt ihr lieber 5 Zuschauer ich möchte auch mal kurz schon die erste Ansage machen ich will mich erst mal machen ja, also 5 mit mir ich weiß ja nicht, ob der, der Vati auch noch zuschaut weil, wenn, wenn Vati noch zuschaut dann sind es 3 insgesamt 3 mehr als... ja, also, an die 4 oder 5 oder 3 Leute, ich will mich herzlich bedanken dass ihr meine Videos fleißig geschaut habt wir haben die 5000er Marke demnächst, also heute, morgen oder übermorgen endlich erreicht hoffe ich mal und das ist ein Grund zum Feiern und weshalb ich auch ein kleines Gewinnspiel mache ihr könnt unter den Infovideos von diesem Stream das auf meiner Seite herumhängt äh, mal ein paar freundliche Wörter posten und unter allen freundlichen kommentaren oder einfach kommentaren verlose ich eine 10 Euro Prepaid äh, Paid Safecard meine ich Oh! das ist ein Grund zum Feiern ich mach mündlich ich bin schon dabei äh, ja, hm die Akteure dürfen leider nicht mitmachen bei diesem Gewinnspiel was? ne, dann bin ich jetzt weg, tschüss ja, hm h ha was? so ach wo bin ich denn oh ich bin gleich da übrigens ja ja, ich bin auch schon unterwegs ja ich bin auch schon unterwegs ich möchte ganz herzlich an dieser Stelle eine Freundin von uns grüßen die Himeko die schaut nämlich auch geradezu sagt zu mir ah, hallo Himeko grüße dich willkommen zum live.th� Ich danke dass du auch bei uns äh, zuschaust Erste Meierl mal Bescheid gesagt und ich dachte du, jetzt hast du schon längst gedacht. Ja, eigentlich nicht. Du bist ein Witzbold. Ja, kann man ja alles denken. Jetzt bin ich da. Ich sag ja immer, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das stimmt. Ja. Ja, toll, jetzt bin ich ja auf dem Berg und komme nicht runter. Ja. Sag dir der Satz, fickesichtiger Wicke, Mann. Was? Hab ich aber auch schon mal gehört irgendwo. Garry, what horror. Ach ja, stimmt. Als diese Ding erkannt. Ah, ja. Alter, ich sehe hier gar nichts mehr. Das ist echt widerlich. Aber die Bilder können mich mittlerweile nicht mehr schocken. Den krassesten Schocker hat man... Den hat man erst schon gehabt. Oh ja, das weiß ich auch noch. Oder jetzt in den alten. In den älteren. Das war Hell's Resort oder so war das, glaube ich, ne? Ja, also sieht man auch im Trailer. Und auf dem Kanal. Er müsste Hell's Resort gewesen sein. Ich hab das letzte noch für einen Kollegen rausgesucht, weil der fragte, hier, wie war das Video nochmal? Ich hab das vergessen. Also auf dem Trailer oder beim Tausender-Special? Also alle, die jetzt die Videos vom Pada Games nicht gesehen haben, was ich ja nicht glaube. Oder was ich ja nicht hoffe. Was ich auch nicht hoffen will. Ja, sonst müssen wir nochmal ein Wort sprechen, meine Freunde. Die sollen sich nochmal diese Videos ansehen, die empfehle ich Herzens. Ich gucke es auch jeden Tag, die beiden Videos, die rauskommen. Ich hab mir grad einen Laternenposten geprügelt, ey. Im Moment bist du schon. Ja, der hat mich so ein bisschen blöde angeguckt. Also ich brauch noch ein bisschen, ich bin so nordwestlich von Devil's Pass. Also ich sehe das knapp schon, ich bin auf den Weg. Komma Richtung Parkerville, da warte ich dann auf dich, also ich komm hier auf den Weg. Ach, Parkerville, ja, dann warte ich doch lieber auf dich. Okay. Weil da bin ich ja schon dran vorbei. Du Pada, warte mal, ich komme über den See. Also ich muss, ähm... Also ich stehe, ach so, ich stehe rechts neben dem Symbol, wo die Road 76 steht. Ich sehe dich, du bist, äh, der Kee. Ja, ich sehe dich auch. Na gut, ich warte hier mal an der Straße. Ja, ich muss mir... Dann hast du hoffentlich einen Nachtsichtgerät bei dir. Ja, klar, der erste, der, den ich trafe, der kriegt einen Nachtsichtgerät. Ja, ich glaube, man. Ich bin gerade fast vom Berg runtergefallen, aber lebe trotzdem noch. Auch noch sehr gut. Du bist, 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 du bist. Du bist, du bist, du bist, du bist. Haga, ich höre dich nicht so gut. Da ist er, Alter. Ne, Zombie habe ich hier gerade an der Backe. Okay. Doors down. Also die Teamleute sehen sich untereinander, ne? Ja. Aber wusste gar nicht, dass die das schon eingebaut hatten. Das ist ja mal eine positive Erneuerung. Ja, ähm, und warte mal, sehe ich ihn? Nein, ich sehe ihn noch nicht richtig. Also ich sehe da ein Pfeil. Muss das mit dem Berg hochkommen. Ja. Wehe, du haust zu. Nein, nein. Ich habe eine Shotgun. Ich würde, äh, einladen. Wen denn? Ich bin Nummer vier. Nummer vier, warte mal, ich eben. Jo, bist eingeladen. Gut, danke. Der Wichs, Wichs, ja. Wo kommen denn die ganzen Zombies hier? Ja, mitten in der Bumper. Äh, da ist eine Stadt. Die riechen uns. Ja, wenn, dann riechen die nur mich, ey. Ich habe schon seit einer Woche nicht mehr geduscht. Ich gehe da mal. Wollte gerade schon sagen, wann müffelt das hier so komisch, ey. Naja, der Ding ist das Teamspeak auch mit Geruch. Oh, Teamspeak mit Geruch, Fernseh mit Geruch. Ey, ey, ey. So, wo sind unsere beiden an? Ach, komm da unten. Ach, hier Boulder City. Das ist die Hauptstadt, da wart ihr ja schon mal. Ja, ja, da waren wir schon tausendmal, aber ich weiß nicht, ob sie das bis jetzt gefixt haben, aber da waren nie Items. Oder ganz, ganz selten. Da gibt es am Rand sehr gute Items. Gott, ich sehe da ein Pfeil. Ja, ich weiß auch, wo in so einem Hochhaus, da kann man nichts befinden. Echt? Glaube ich, ja. Siehst du mich? Pada? Irgendwie überschremmten teilweise, glaube ich. Gut, komm mal näher. Warte gleich. Okay. Da ist er. Ja, ich komme mal. Ich kann was feinen lassen für dich hier. Everybody. Da ist er doch. Geh dir mal, ich geh ein bisschen hinter dir mal kurz. Steck dich von hinten. Warte mal, ich will das mal ganz kurz aufsetzen. Und da musst du noch numeral 1 drücken, glaube ich. Numeral 1? Nee. Wie hast du denn das eingestellt? Worauf? Ähm, du gehst, glaube ich, Richtung Tunnel. Hallo. Hier, guck. Da will ich nicht durchgehen, da kommst du lebend nicht raus. Ich wollte ja auch nicht lebend rein, also von daher. Wollen wir direkt Bruder City, oder? Wollen wir erst mal noch auf die anderen warten? Ich wollte es gerade sagen, warte kurz noch auf uns. Jungs, ihr seid ja 30.000 Kilometer entfernt. Ja, wir sind halt nicht in der Nähe gespawnt. Pass auf, dann machen wir erst mal White Peak Mountain unsicher, weil da treffen wir uns ja sowieso, und da kann man auch schon mal ein paar Items suchen, die wir euch dann geben können. Ja. Das ist eine gute Idee. Ich hab nur gute Ideen, Pipa, weißt du. Ob die nur gut sind, naja. Das lass ich mal an der Stelle so hingestellt sein. Oh, pass auf, hinter dir, ich guck mal mich. Fuck, du, schröb, du, Drecksauch. Stopp. Geh weg, come basic, geh weg, come basic. Ich dachte schon, ich... Ja, ja, da, 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 da. Geflackerten Stein, das find ich ja cool. Down. Also, der hätte dich fast gepackt. Ah, ich hab'n Basie, ungesiegt vermittelt. Und ich hab'n Schützmus, Euristian. Bam. Was? Ich hatte auch mal ne Machete, mit der war ich auch zufrieden, bis mich irgendwann Assi gekillt hat. Ach, dieser Assi-Tier. Wer war das denn? Keine Ahnung, ich hab da mit, 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 äh, mit zwei Kollegen da gespielt, und dann sind wir irgendwie abgekratzt nach und nach. Ich hab schon befürchtet, dass ich das war, also. Nee, mit dir hab ich das noch nicht zusammengespielt. Stimmt, haben wir doch gar nicht, gell? Oh, da sollte ich mir nochmal ein paar Sorgen machen. Genau, ist unser Debüt quasi. Also, ich geh' da mal ein bisschen weiter immer hinter euch. Jojo, mach mal. Bleib mal hinter mir, ich mach' hier, ich mach' hier alles kalt, was hier an mir vor, vor'n Basie läuft. Ach du Scheiße, das wurde schwer, das wurde schwer, das wurde schwer. Also, wenn du wenig Leben hast, geh' nach hinten, ich liess' da mit der Scholli herholt. Ja, ich geh' ja nicht durch den Tunnel durch, geh' ja dran vorbei. Also, wenn wir jetzt mal in den Ort gehen, hier bitte nicht rennen. Dann kannst du da noch ne Schrotflinte mitnehmen. Mach' ich. Also, bei Hill Ranch. Ja, hab's verstanden. Also, nicht rennen. Nicht rennen und hinter mir bleiben, weil wir gehen jetzt erst mal ins Einkaufszentrum. Huchu, mach' shoppen. Ja, ich gehe grad' den Berg hoch. Bleib' hinter mir, ich brühe die jetzt alle mal ein bisschen und mach' die erst mal kaputt. Oder ich komm' dir dann, äh, und dann treffen wir beide uns erst mal bei Hill Ranch und dann gehen wir auf, äh, Richtung Weston weiter. Können wir auch machen. Ja, gut, dann komm' ich einfach mal rein. Ja, ich bemerk' dich, seh's. Ja, ich bin jetzt fast schon da. Äh, laut Karte zumindest. Wo ist der Nächste? Da, der steht dort. Muss einfach den Weg da hochkriegen. Ich spür' ich auch da. Hallo, watsch. Don't you. Ich hoffe nur, dass keine, ähm, Zombies grad' kommen. Also, da sind direkt hier am Zettel. Warte mal, nee, fang' ich sagen. Ja, gut, wenn ich die früh genug seh, dass ich nicht direkt auf die zugehe, ist mir das relativ. In dem Supermarkt passiert, ey, der sieht so... Ja, komm, wir gucken erst mal hier rein, das sieht gut aus. Bin da. Jo. Boah, die ist so blöde Ausdauer, ne? Also, mit Ausdauer hab' ich's auch in solchen Spielen, ne? Die kannst du auch, ah, du hängst, du hängst. Ja, ja, ich bin schon wieder. Pana, du hängst. Das find's, das find's so witzig, was? Das find's so witzig. Ne, überhaupt ne. Eigentlich eher traurig. So. Bist du noch hinter mir? Ja, klar, ich halte ein bisschen noch Ausschau, rechts und links. Willst du übrigens ne Waffe haben? Ähm, reicht die hier schon? Und... Okay, die reicht. Brauchst du, brauchst du irgendwie ne Fernkampfwaffe? Ne, hab ich. Was für eine? Ein Krügergewehr hab ich, 22er. Okay, ich hätte dir ne Armbrusse gegeben. Krügergewehr, Satzpatron. So, dann gucken wir mal, was es dir schönes gibt. Ne Schokoriegel, den nehmen wir doch mal mit. Ne Schokoriegel. Ne Wasserflasche. Äh, sag Bescheid, wenn du, äh, Vollmilch findest oder so, ne? Also, wenn, ähm, wenn deine, wenn dein Rutscheid voll ist, gib mir, ich hab mir einen Militärrucksack geholt. Ich hab auch einen. Ach, cool. Sag mal, hallo, das ist doch hier kein guter Service-Arm. So. Was ist das, was ich schon? Hier ist noch ich, wenn du da willst. Was ist dort? Ein Hut. Äh. Also, ich bin jetzt bei Hill Ranch. Ja, ich bin auch gleich da. Ja, hier ist nicht wirklich was. Also, allzu viel gibt's hier nicht zu holen. Ja, da gehen wir auch mal rüber ins Post Office. Wenn du, wenn du hier fertig, ah, du bist schön hinter mir, sehr gut. Im Post Office hast du ja, äh, ähm, Sicherheit. Oh, hier ist ein, hier ist ein Pfeil drin, für deine Armbrust, in dem Auto. Geh mal her damit. Boah, jetzt hört meine Schwester auch die Musik, ey. Ja, wir checken erst mal das Haus hier drüben ab. So, warte mal, jetzt kommt, jetzt kommt ein Zombie, der steht wahrscheinlich auf, oder? Wenn man nicht so lang rangeht, dann nicht mehr. Dann gehen wir erst mal in das Haus hier. Das ist überhaupt kein Haus. Also, ich bin relativ auf der anderen Seite vom Berg, äh, und liege da. Wieso? Okay, ja, ich weiß, umgekehrt. Machst du ein Mikrasch, ey? Äh. Wo geht's denn hier rein? Ach, hier. Verbände. Nehmen wir mal mit. Nee, jetzt muss ich hier auch noch runtergehen. Ja, ja. Perfekt. Hier liegt auch noch, ja, Antibiotika, und auf dem Tisch liegt auch noch mal Antibiotika. Merzmittel, halleluja. Merzmittel, Verbände, hier, nimm die mal mit, denn die Verbände willst du dich nicht haben. Ja, gib mal, gib mal. User in your channel timed out. Da ist wieder einer rausgeflogen. Mr. Pepper. Hallo. Hallo. Was geht denn heute hier ab? Alles ist aber raus. Da ist aber auch nie rausgeflogen. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal hier drüben rein. Gott, hier stehen schon wieder alle. Die haben Schmerzen. Ja, hier drüben ist einer. Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf. Also, jetzt werde ich mal kurz meine Waffe erstmal noch wechseln. Jo. Welche Waffe hast du denn? Ähm, ich habe meinen Mossberg 590 und habe noch zusätzlich meine Armbrust mit. Ah, hier ist nur eine, hier ist nur eine Zeitkarte. Hab ich genügend davon. Daniele, bist du noch da? Glaube ich nicht. Lass mal den Bus abchecken. Das ist meistens auch noch was. Aber warte mal, ich muss mal ein paar Zombies killen. Ich glaube, den haben wir gerade kaputt gemacht hier. Wirst du nochmal auf? Nö. Warte mal, ich steche einmal kurz rein. Gut, der ist tot. So, hier steht einer auf gerade. Ihr seid wirklich gut ausgerüstet. Ich habe gar nichts. Du hattest deinen CO4-Impfstoff. Wann hast du ihn nicht verteidigt? Ja, ich war zu langsam. Also, ich habe mich die Blitzreaktion. Da hat der Spieler mich schneller erschossen. Warte ich, da kommt einer. Ach, die wird doch nur zu uns. Ich glaube, ich bin da nie wieder ein CO4-Impfstoff. Ja, das habe ich ja Pada und Pieper, ich habe es ja auch nicht erzählt. Der hat einen CO1-Impfstoff und dann kurze Zeit später einen CO4-Impfstoff. Der hatte so viel Glück. Was macht man damit eigentlich? Also, sich impfen? Aber gegen warum? Wenn du infiziert bist. Von diesen... Das war ich ehrlich gesagt noch nie in dem Spiel. Das ist ärgerlich, wenn man infiziert ist. Haben wir hier schon drinne? Nee, gell? Ich hatte einmal richtig gute Ausrüstung. Unni-Sanes, was ist das denn? Das sind so Snacks. Achso, okay. Ah, Taktik, nachher gefunden. Ich müsste auch gleich noch was trinken. Ich kann ihm was geben. Nee, ich habe genug. Jojo, passt. Okay, mal gucken, wo unsere beiden anderen Kollegen bleiben. Ja, warte, ich kähle den Zombie noch eben hier. Ich glaube, wir müssen der Pieper noch so eine Taktik nicht haben. Soll ich mal zeigen, jetzt fahren wir mal ein bisschen herzure Geschütze auf hier. Zombies, kommt Theo. Waren wir hier drüben schon bei dem Host? Ich glaube nicht. Ja, liebe Zuschauer, wenn das euch gefehlt, dann gebt einen Daumen, wenn dort ein Daumen-Axen-System würde. Ein Schatten? Ein Schatten? Ach, das ist eine Maske. Ähm, sonst, liked, ähm, Videos von Paragames, liked Videos von mir, schaut euch zukünftig unsere Streams an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Unsere Videos brauchst du dann nicht liken, mach mal die vom KK. Möchtest du damit irgendwas andeuten? Ey, oi. Du musst ja nicht so viel Werbung machen. Wir sind ja nicht nur wegen Werbung hier. Ne, wir sind ja nicht nur wegen dem Spaß, wir waren hier schon. Oh, hier, ey, hier gibt es einen persönlichen Spinn. Mit einer Nummer. Ich hab mal einen, ich hab mal einen geknackt. Code war 1234, war eine Seiger drin. Echt, sowas gibt's wohl auch jetzt nicht nur, oder? Weiter Code 1234 gibt's leider nicht. Ne, gibt's nicht. Kann man die nicht so einfach machen? Warte mal. Ihr schießt wer? Oder warst du das? Ne. Falscher Code. Wo sind denn die anderen? Ah, da ist, wer ist das auf der Karte? Man sieht das leider nicht, wer wer ist, gell? Das ist unser... Ähm, Marcel? Piep, äh, Mr. Pieper ist der... Ich bin bei Herring, ja. Ja, Mr. Pieper ist der aktuell gerade irgendwie raus. Ja, irgendwie. Bei Internetprobleme. Aber wir können ja auch schon nochmal in das Einkaufszentrum gehen und warten da. Stimmt, so. Ich weiß jetzt nicht, soll ich erstmal Hill Ranch und, oder, äh... Ne, komm mal zum Treffpunkt. Ja, okay, dann komm ich jetzt direkt. Brauch'r wäre noch, brauch'r wäre noch ein Messer? Äh, ne. Ich hab' noch zwei Antibiotika und zwei Besserungen genommen. Also hab' ich abgefunden und so ein Auto-Crash. Ja, das ist komisch, diese ganzen Spawn-Points, wo das ganze, ähm... Blut kommt, das ist sehr komisch. Und dann Autos, Antibiotika-Verbände... Also hier sind wir wieder Sachen missbrauen, mittlerweile. Wieder? Ja. Kaliber 22 Ladestreifen, geil. Ich hab sogar ne Kaliber 22, kann ich gleich mal nachladen. Hab' mich leider. Wie geht'n das nochmal? Und was mit F3 oder sowas, oder? Ja. Du musst R-drücken zum Nachladen. Du musst R-drücken zum Nachladen. Alter. Nee. Nee. Nee? Ich dachte, man konnte sich das so mal angucken. Wann das? F5? F6? Wie, das nicht mehr? Scheiße. Hier ist eine Schemel, äh, hier ist ein Knicklicht. Hab' ihr zufälligerweise Essen und Trinken für mich? Äh... Ja? Dann kurz vorm Verhungern. Ah, da geht nur Standard-Krüger-Munition. Schade. Also ich hab' hier... 9x ne 19er Parag-Muni. Für Sig Sauer, falls hier irgendwer hat. Doch, für Krüger-Pistols. Dafür ist die Muni. Nice. 2 Stück? Na, dann dröste ich die mal aus und lad die mal nach. So, was zu sagen. Hier ist ein Knicklicht, wenn du mal schmeißen möchtest. Ja, das... Ja, ich schmeiß das mal eben. Ich seh schon, Whetstone. Perfekt, wir sind im Einkommenszentrum. Okay. So. Alter! Wie blendet das? Hei, hei. Er muss die Gas... Er muss die Dings ausmachen. Ich weiß. Ah, der war so Pfeile sogar schon. Ich schmeiß mir mal noch ein paar mehr hin. Ich leuchte mal hier ein bisschen aus. Wie lange halten die eigentlich? Um 6 Minuten, glaube ich. Okay. Aber machen wir hier Party. War hier nicht noch irgendwo eine? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nö. Also hier ist nicht all zu viel los. Sehr Dank für mich. Güte Schipps, da kann ich mal was futtern. So. Wie viele Zuschauer haben wir mit der Zeit? Deckst du mich mal? Dich, dich decken. Ja, ich guck mal nach, wie viele Zuschauer wir haben. Jo, bleibt da stehen. Mit dem guten Stand. Bit. Gehen wir mal hier auf. Äh, falsches Bild. Gehen wir mal hier auf. Ja, 6 Zuschauer. 3 Uhr morgens im Spiel. Wir haben 6 Zuschauer. Also. Ich könnte dir so eine Kugel in den Kopf geben, äh. Möchtest du das machen? Nee. Nee. Mit welcher Waffen. Ich werde meine Kommentare ein bisschen böser gestalten. Ich hab, ich hab mehrere Waffen. Doch. Aber du bist gleich bei uns. Du könntest sehr gut von Splinter Cell stammen mit dem Nachtsichtgerät. Ja. Ist aber geil, ja. Ja, so sieht der Paar in echt aus. Alles, was mit Facecam ist, das stimmt nicht. So sieht der aus. Ah, da ist Wasser, 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 Wasser. Was? Wo ist das denn hergekommen? Nee, nee, Scheiße, ich hab gedacht... Ohne Tüte-Chips. Ja, man muss sich immer hier ein bisschen umgucken, weil das ist alles hier so nach und nach. Ach so, Prada, ich wähle euch ne Garry's Motorhome-App. Welche denn? Die nennt sich House of... also... Die ist heftig. Die haben wir schon gespielt, glaub ich. Habt ihr schon? Dein Name kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ja, so ist heftig. Äh, Prada, die beobachten dich. Wegen Fair Fight. Wegen was? Äh, die beobachten dich, ob du irgendwie nen Hack benutzt hast. Da unten steht's von... Äh, Bisch-Schleppen, Äh, Lapper, Rewatch... ...stern-stern-stern-stern-stern-stern-stern-stern... ...Fair Fight, Prada Games. Wo steht's? Oh, ich seh's! Warum das denn? Ne, keine Ahnung. Hackst du etwa? Nein! Ne, da bin ich Zeuge. Er hat noch nicht gehackt. Ah ja, bei mir gibt es die Regel-Hacker werden erschossen. Oh, Dings müsste gleich kommen. Wir sind im Supermarkt. Ja, ich, 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 ich seh den Supermarkt. Ich muss nur, äh, hinten rum. Aber hinten kommst du nicht rein, gell? Du kommst nur vorne rein. Ich muss aufpassen, dass ich auf keinen Zombie trete. Ja, warte mal, da knüppel ich die weg. Geh mal rechts rum. Warte. Oh, fuck. Oh, fuck, Zombies. Mich haben mehrere Zombies gesehen. Ich seh dich, ich seh dich, komm zu mir. Renn zu mir. Jetzt geht's los. Komm. Geh weg. Ich übernehme auch einen. Alter, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's. Oh, ey. Oh, ey. Du mit der Schrotflinte. Geil. So. Achtung, von hinten kommen jetzt die auch. Bäm. Du doofer Zombie. Nochmal. Alter fliegen die weg. Wow, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Bäm. Und. Bäm. Danke. Alter fliegen die weg. Achtung, du hast ein Lade-Streifen verloren. Du. Wer ich? Ja, du. Jo. Warum hab ich ihn denn verloren? Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sollten jetzt irgendwie reingehen, sonst, ähm, kommen die ganzen Ja, ja, lass mal reingehen wieder. Komm, mach dich hier ein bisschen. Wie sieht Lichter denn aus? Noob, wie schlecht, die dreckige. Ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Also wenn ich das lese, kommen mir gleich ein paar Leute rein. Ich höre einen Zombie. Der ist hinten. Okay. Aja, komm mal her. Marcel, hier. Essen, trinken. Ah, geil. Okay, ich brauch. Limo. Popcorn. Limo. Popcorn. Ich glaube, mehr kommen nicht, oder? Nee, aber... Ja, komm, dann lass mal zu Boulder City gehen. Oh, jetzt. Klasse ab. Was ist eigentlich jetzt mit Mr. Pieper? Ja, der... Weiß ich nicht. Der hat erstmal Internet... Internetstress. Seid ihr hinter mir? Ja, klar. Sehr gut. Ich hab ein Basey hier. Ihr braucht nicht schießen dann, wenn die kommen. Wenn die so wegknüppeln. Gott. Ich hab ein Taktikknife. Ja, ich auch. Achso, wollen wir nochmal zur Medic Station? Da waren wir auch schon drinnen. Die waren überall schon drinnen hier. Achtung, da ist ein Zombie, der kommt zu dir. Läng, läng. Easy. Ich find's fast... Boah, wollen wir jetzt wirklich nach Boulder gehen? Ich glaub, da leben wir nicht lange. Na ja, sie sind relativ gut ausgerüstet. Wollte ich grade sagen, also so schlecht sind wir nicht. Oh, ich muss was trinken. Ah, das sollt ihr auch mal machen und... Wasser ist weg. Ihr seid noch hinter mir? Ja, klar. So, ab hier können wir jetzt wieder ein bisschen rennen. Ein Glück haben wir uns unseren Führer mitgenommen. Unseren Landesführer hier. Zeigen. Ich hab das ehrlich gesagt auch schon lange nicht mehr gespielt, ey. Aber... Macht noch Fun, oder? Ja, haben viel verändert. Aber es geht ja. Hier sollen endlich mal Autos reinhauen. Da kann man hier durch die Gegend fahren. Ich kann mir das ehrlich gesagt bei diesem Spiel gar nicht vorstellen, dass man hier mit Autos rumfahren kann. Und die Straßen... Ja, die Map ist ziemlich klein, ja. Und die Straßen sind so, äh... Wie soll ich das sagen? Kaputt? Ja, da haben sie viel Zeug drauf gebaut und man kommt schlecht durch. Zum Beispiel bei Campus City, da ist doch diese eine Brücke kaputt. Ja. Ja. Kommt mal nicht durch. Ja, die sind hinter mir. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Ja, wir sind gleich da. Da vorne ist es nicht schön. Oh, ich finde diesen Chat nebenbei sehr interessant. wie die sich wieder beleidigen. Dribbel kill machen. Biatch. Alter, du sagst sogar von dir selbst Lappen, du Noob. Und das deutsch man den ist auch mal wieder schön. Lass mal vorsichtig hier runtergehen. Lappen, du Noob. Da wär nix. Wir haben fünf Zuschauer. Oho, hallo! Ey, da hinten sind Militärzelte. Wo? Wo? Guck mal, einfach geradeaus unter der Brücke. Warte, ich packe hier mal mein Fernflas raus. Ja, genau. Guck mal, da ist ein kleiner Polizist. Ja, ich geh da mal hin. Warte, ich mach den mal. Alter, hallo. Da sind gar nicht vieles. Da ist glaube ich... Ähm, halte mir mal bitte den Rücken frei. Ja. Wo seid ihr denn? Hier oben. Geh mal bitte zum Rücken. Ich schau mir mal das an. Da sind keine Militärzelte. Doch, doch. Da sind Militärzelte. Und ich sehle... Da bei diesem Hochhaus, also direkt daneben. Und da sind ganz und viele Zombies glaube ich. In der Brücke. Ja, das sind sechs, sieben Zombies. Dort sind drei, vier Zombies. Warte mal, ich gucke mal wo du... Da hinten. Guck einfach. Na gut, das seh ich jetzt nicht von hier. Warte mal, ich schmeiß mal das hin. Mein Fernglas, dann kannst du auch mal gucken. Ne, ich hab, ich hab ein Fernglas. Achso. Warte. Warte. Warte, ich stell mich mal hier hin. Und jetzt, äh, guck da wo ich stehe. Warte. Ach da! Ah! Hm. Ah, bin ich. Lass doch mal hingehen. Warte mal. Das sind immer bestimmt schöne Wappen. Ich will mal gucken, wie weit das entfernt ist. 263 Meter. Hm, sollten wir. Ist da Wasser? Weil hier war doch mal Wasser, oder? Willst du Wasser haben? Willst du Wasser? Ja. Warte. Ich bin richtig ausgerüstet. Du hast n... Ah, wie kann ich das truppen? Ähm, musst du mit nem Reißklick raufgehen. Ähm, gleich direkt ein Item. Alter, jetzt geht's aber ab. Hast du nen Sprachfehler, du Jude? Ach, du jemine. Also, ich bin jetzt auf dem Weg. Ich mach jetzt los. Jaja, sind unterwegs mit. Schade, dass ich das nicht aufnehmen kann gerade. Warte. Das kannst du ja bei Twitch dann wieder runterladen. Ja. Das wird automatisch mit aufgenommen. Was ist? Das wird automatisch mit aufgenommen. Zum Beispiel. Ja, da... Findest du nicht aktiviert was. Oh fuck, da sind mehr Zombies. Wo denn? Da. Geradeaus. Das sind, glaube ich, 15 oder so. Na ja. Ich schätze jetzt einfach mal. Mehr Zombies, mehr Ero. Also, Pieper sagt gerade Internet ist komplett down. Ach, du Scheiße. Ja, passiert. Dann grüß mal Pieper von mir und sag ihm mal von meiner Seite auch danke sehr, dass er mitgemacht hat. Ja, sag ich ihm dann. Wobei, wenn er das... Ja, er wird's, ja. Vielleicht guckt er ja noch zu. Aber wenn Internet komplett down ist, kann er dann noch zu gucken? Ja, da kommt er durch. Achso, stimmt, ja. Macht Sinn, was? Ach, warte mal. Der erste, der erste ist gefunden. Wollt ihr dann mir gerade eine verpassen, ey? Ja. Down. Geld, 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 Geld. Mein. Pash. Nein. Das sind aber echt ne Menge, ey. Eiii, jetzt geht's aber ab. Wollen wir hier ein bisschen auf... böse Schottis und so weiter gehen? Rambo? Kann man gerne machen? Nein, mach das nicht. Das nicht. Wenn du den ersten Schuss abgibst. Oh, fuck. Und dann kommen sie. Lauf. Bam! Lauf. Immer auf den Kopf ziehen, gell? Ja. Nee, da geht's noch mit nem Rumpf. Ah, jaja, rennt! 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 Scheiße, das war keine gute Idee. Ja, ich glaub auch. Rennt! Das war ne schlechte Idee. Oh, fuck. Na wobei, wir können die von dem Berg aus attackieren. Warte, 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 warte. Wie viel Schuss hast du denn noch? Menge. Na dann. Geh weg! Oh, lauf! Die Schotkan hört sich einfach von meinen. Wie die fliegen! Ah! Fuck! Stopp! Stopp! Gib mir mal! Hilfe! Hilfe! Lauf! 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 Okay, okay, warte. Ha! Ha! Wartet! Wartet! Okay, okay. Geht's dir Gummis rauszuverband? Dafür hab ich ja jetzt einen meiner Medipacks eingesetzt. Alter! So, genau die gleiche Taktik machen wir jetzt nochmal. Ne, das warst du jetzt. Ne, das sind doch weniger jetzt. Da haben wir alle gepullt. Ah ne, da sind noch ein paar. Ja, aber das war jetzt doch gut geraten gewesen. Ne, drei. Ne, drei. Warte, die mache ich mir im Basic halt. Die drei. Meinst du wirklich? Hast du Hilfe? Einer? Oh. Bis weg. Also, wenn du, wenn du, ähm, verletzt bist, ich kann dir noch ein Medipack geben. Ah, scheiße! Leute, ähm, ich brauche irgendwie jetzt ein, ähm, Gegengift. Ich bin infiziert. Nein! Hätte ich jetzt mein CO4 in Staub. Ja, hättest du's. Warte, ich muss mir mal eben verbinden. Ja, klar. So, ich bin wieder voll. Oder? Warte, 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 warte. Das sind noch vier Zombies, mindestens. Ja, komm, die machen wir noch kaputt. Scheiße, ich bin infiziert, sechs Prozent. Naja, CO1-Impfstoff würde jetzt noch was bringen. Zwei CO1 würde ich gerne haben. Ach, du Scheiße. Ach, da sind noch so viele, ey. Warte mal, ich pull mal ein paar. Ich hab noch zwei Schuss. Alter, das sind viel zu viele. Naja, dann kommen wir nicht. Ja, warte, ich hab einen. Einen hab ich. Aber das lohnt, das lohnt sich. Das finden wir, glaub ich, gute Waffen. Und vielleicht CO. Warte, ich pull mal den. Vielleicht CO. Alter, da kommen so viele. Oder das sind so viele. Warte mal, ich bin ja jetzt infiziert. Ich muss eigentlich jetzt auch schon so Gugende-Geräusche machen. Nee, machst du nicht? Nee, machst du noch nicht. No. Da kommt der nächste. Alter, nicht mehr. Gibt's Kanaden eigentlich? Nein. Mit wie viel FPS nimmst du immer auf? 60. Nee, 30 kommt immer. Mehr. Ey, Freude, lass mal hier weggehen. Das bringt nichts. User disconnected from your channel. Wer ist jetzt gekommen? Ach, pass mal auf, da kommt jemand. Wo? Da kommt jemand. Ey, äh, Leute! Rennen! Rennen! Ja. Oh, fang. Blech. Ach, du Scheiße. Hier ist, glaube ich, so eine unsichtbare, äh, Wand, oder? Nein. Also, da können die nicht weiter. Oh, scheiße. Ach, da rennt ihr lang. Ja, wir müssen da lang. Hier, Vater, warte. Äh, okay, okay. Nee, komm mal hier zurück. Komm mal zurück. Oh, da sind so viele Zombies. Die Pulze und auch Valoranz. Oh, fang. Siehste? Wir müssen ein Stück zurücklaufen. Ja, ich weiß. Ja. Sind die noch hinter uns? Ja. Ja, aber die werden nicht mehr so lange laufen. Jetzt komm die Bär. Himmelarsch. Bäh, wir haben eins vergessen an der Pisten auch noch so miss. Geiße. Muni ist aus. Da warte, den einen kriege ich noch hin. Da muss ich jetzt sagen, ach man, ich sterb hier gleich. Ach komm, wir gehen mal hier drüben lang. Das bringt ja hier nichts. Hier im überschwemmten Teil, da können wir auch mal in den Polizeiwagen gucken, ey. Ja, genau. Lass mal da lang gehen, weil das kannst du ja hier vergessen. Hier unten ist aber auch alles voll. Warte mal, ich lass mal ein bisschen weiter hier oben laufen. Ich hab mir in der Theorie zusammengestrickt, wieso hier die ganzen Zombies sind. Warum? Am Puella? Ich weiß, ich bin nicht lustig. Ich schäme mich ja schon. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was futtern. So. Also wenn wir CO4 finden, das ist dann meins. Okay. Bitte meine ich natürlich. Wenn du mir deinen Rucksack geben würdest? Nein. Wir sind hier ein. Wo sich hier ist. Da ist ein Zombie. Ich pull... Zwei, ja. Nicht pullen. Mach ich nicht. Also auch nicht rennen. Einfach normal dran vorbeilaufen. Einfach ignorieren. Okay. So, dann hier vorne müsste eigentlich noch ein Loch im Zaun sein, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja, ja. Und dann müssen wir dann in die Stadt kommen. Oh fuck, ich glaub da kommen wir nicht durch. Weißt du? Warum? Da ist glaub ich viel los. Nicht nur was Zombies betrifft. PvP? Sag mal, hat da jemand geschossen? Also ich bin drinnen, hier kommt grad einer auf mich zu. Ja, ich... loll. Dann nehmen wir in den Hochhaus jetzt rein. Mhm. Hier ist einer. Down. Gott. Da hat er Geld hinter dir. Ich nehm's. Heinz. Verdammt. Hier in das Hochhaus, sagst du? Ja. Vielleicht finden wir dort was Gutes. Ah, hier ist's nicht. Hier ist's nicht. Geht's hoch? Hier ist nur dieser eine Raum. Fuck it. Okay, dann müssen wir hier drüben weiter. Da kommt man mit. Weil hier drüben sind noch mehr von den Hochhäusern. Boah, ich seh. Seh kaum noch. Ja, hier sind noch ein paar Zombies. Es wird bald hell. Es ist 4.40. Im Spiel. Ah, okay. Gut. Dank. Danke. Oh, ich hab den Schuss gehört. Ah. Hast du den Schuss gehört? Also haben wir auf den Boden geschlagen oder sowas? Nein. Ja, ich, ich, ich. Okay. Weiter. Güte Chips. Hier müssen wir eigentlich reinkommen. Ja, ja. Ich seh den Eingang. So, hier kommen wir auch hoch. Ja, hier ist schon mal was. Ne Katana. Geil. Hier ist glaub ich ne Stadt. Ich hab ne, ich hab ne Katana eingesammelt. Cool. So, in Häusern immer mit Waffe rumlaufen. Geil. Ja. So als Tipp. Ist hier was? Also mit Schuss. Also mit Schusswaffe. Ja. Hab leider keine. Hab auch keine. Warte, gib mir mal 2 Sekunden Zeit. Hier ist ein Zombie. Ja, ich hab hier ist ein Bestfallstigger. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier bei mir, bei mir, bei mir. Schaffste? Hab ihn. Gut. Normale Rheuma abschecken. Okay, hier ist nichts mehr. Alter, das leckt bei mir. Hier kommt noch einer. Gute. Warte, der kommt bei mir. Ja. Gut. Meins? Nein, nein. Hahaha. So, ich muss mal kurz ein bisschen die Grafik runterstellen. Geht's jetzt runter oder was? Warte, ich warte kurz auf dich. Okay, okay. Ich bin hinterm Haus wieder, gell? Okay. Da seid ihr noch. Okay, weiter geht's. Eieieieiei. Hier liegen Zombies, glaub ich. Ja, hier sind ein paar. Hier kommen wir hoch. Hier liegt auch manchmal CO4 im Stoff oder CO1. Schaffst du's? Nee, hier ist nichts. Was ist das? Schaffst du's alleine? Ja, ja. Kein Stress. Geh nochmal hier hoch und kontrollier nochmal. Ey, lass mal hier. Lass mal da oben lang gehen, da kann man doch auch auf die Vorderseite kommen vom Gebäude, oder? Äh, nein. Warte, also hier. Nee, hier. Weil dann lass uns lieber doch hier drüben lang gehen, weil da drüben ist alles voll. Leute? Warte? Ah, der ist ein Zombie, ich hab gedacht, wir wären ein Spieler. Einfach drauf. Ich muss euch auch? Ja, das ist dann. Ja, gerade schon. Bei mir auch. Oh. So, da können wir jetzt nämlich hier drüben nochmal hochgehen. Auf die andere Seite, quasi. Stimmt. Da liegt, äh, glaub ich, ne Waffe. Ja. Ne, leuchte. Warte mal, ich feiere die mal ab. Mach nicht. Mach nicht. Mach nicht. Warum? Anja, doch irgendwie. Ja. Sitzen Action kann man noch hier vertragen. Aber die kommen doch nicht hier hoch, oder? Doch, die kommen hier hoch. Ja. Ja. Die kommen hier hoch. Ja, dann feuer ich, wenn ich dann abrufen, sieben und volles Ding nochmal ab. Kleines Feuerwerk noch. So, feiert. Okay, wie immer. Oh! Ja, das meinte ich. Die Fieder? Nein. Nein. Leiter auf der Rückseite. Das sind ein paar. Das sind ein paar. Ja, ich bin sehr selbstgotten wegen dem Platz hier. Oh, hinter mir jetzt kommt. Oh, hinter mir ist ein Zombie, der hat mich dreimal gehüttet. Wow! Okay. So, stopp. Heilt euch mal. Hat auch, hat auch immer noch... Oh, ich hab noch Verbände. Ich kann meinen... Oh. Ach so, Hilfe-Test noch mit. Oh, ich bin wieder voll. Die blöde Kuh, yeah. Ich bin auch wieder voll. Alter, guckt euch mal das... Okay, lass mal, okay. Ich muss noch einmal verband. Ich bin voll. Ich hab gedacht, da wär ein Mensch. So, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Hihi. Warte nach oben. Warte, ich mach mal aus. Jetzt. Hagel- Hey, hey. Da kommen doch keine Zombies. Da kommen doch ne- Voyage ampels. Da kommen doch keine auf dem Dach. Da kommen doch keine Zombies. Da kommen doch keine Zombies. Ja, das muss hier landen. Wenn hier gelandet wär"... Dann wären alle gekommen, dann wär'n wir gut. Okay. So, ich hab jetzt ne Katana. Wasser und Minisanes. Ja hier ist ein Zombie. Okay, hier ist irgendwo noch so ein Stricher. Der ist irgendwo draußen. Na ach komm zu mir, ich mach schon. Hier ist noch eine Limo ohne Ende. Okay wir gehen, ach jetzt sind wir noch zu zweit. Ja. Aus Teilen wären zwei. Ja komm dann lass mal hier drüben wieder lang laufen. Okay. Ja. Und dann gehen wir mal in Richtung das Mittel. Ja ich bin so gut wie infiziert, 28 Prozent. Da kommt einer, weil ich meine kaputt. Der Katana geht das Tratz Tratz. Sehr gut. Komm mal hier nochmal reingucken. Ne hier ist nichts. Möchtest du meine verstärkte Rüstung haben? Ne ne, ich komm schon klar. Okay. So wie kommen wir da jetzt am besten lang? Da ist ein Haus, da könnten wir rein. Ja ich bin unterwegs. Ja ich bin unterwegs. Ja ich bin unterwegs. Mann das leckt hier wie. Ja leckt es bei mir aber auch. Ja. Und reiner. Geil. Ist nichts los. Vorsicht. Kommt einer. Wow. Warst du das? Was denn? Es hat hier geschossen. Oder hast du gegen die wand geschlagen? Ich habe glaube ich gegen die wand geschlagen. Wir scheinen auch nicht zu sein, brauchen wir gar nicht weiter gucken. Da, komm mal mit, bist du noch hinter mir? Ja, ja, bin ich. Also da drüben geht's übel zu Party ab, ich weiß nicht, was da los ist. Bist du da, rennt grad nur ein Zombie auf mich. Ich tue sie mal. Gut, bin unterwegs. Nee, da kommen wir nicht lang, da geht die Luzi. Geil, Zombie Party. Ja, kann sein, dass die... Vor dich, vor dich, vor dich. Ach, da kommen noch zwei von diesen scheiß Füttern. Schaffst du beide? Ja, ja. Nimm. So, ich hab euch jetzt ausgezahlt für ein Lifestream. Ja. Ja. Kommen wir hier raus? Ich hoffe. Nee. Nee, kommen wir nicht, wir müssen durch das Gebäude hier. Achtung, da kommt ein Sprecher durch. Down. Wo haben wir's denn eigentlich? Hä? Ah, fünf Minuten hab ich noch. Ja, fünf Minuten wird das Stream jetzt auch noch gehen. Na, wär die Kuss noch ne Ansage, wenn die meine liebe Zuschauer, wenn da noch welche sind. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. ich mache jetzt die letzten fünf minuten was ganz dummes warte ich bin gleich tot hast du noch eine nahtkampfwaffe ja ich bin das ich glaube schon hier auf die kisten hier auf die kisten hier kommt man hoch ich glaube ich na alter alter die lichten sniper geräte hübsch hallo ihr schweine und Eddie Alter ich habe ein geiles gewehr cool wo ist eine affe ach sie sind schon down ja ich habe die zwei mit dem Handy abgeschickt so warte ich schieße mal da hinten in die party rein leu merken die das? schieße mal auf den der aufgestanden ist also der S war jetzt aufgestanden aber auch wie ja stroh doof sind die so warte da renne ich das noch mal mit dem katana rein selbstmord komm ich mal auch mit selbstmord Hiroshima ooooh Slenderman ooooh stopp stopp das war's ja wow ja liebe zuschauer das war der live hana und ich sind qualvoll gestorben so muss das sein so muss das sein so muss das sein als du sagst ja und so bedanke ich mich auch für eure Aufmerksamkeit und Infovideos zu gewinnt wie ihr was ich am Anfang angekündigt habe das kommt bald also heute noch und wir sehen uns dann beim nächsten Stream ich weiß nicht wann der erscheinen wird es hängt wieder ab von Twitch vor mir ja dann kann ich mal jetzt und dann nicht Entschuldigen das gut dann